Ah, du trägst die, dreh mal das Mausrad. Da müsste eine Option sein, dass du die fallen lassen kannst. Jo. Gut, dann lassen wir die, komm. Also die Blut tut nicht mehr, sie ist einfach nur noch geüßt. Ich höre wie ein Schrein. Ich höre ein Schrein, Vorsicht, alles absichern. Jolly, du sicherst hier den hinteren Eingang ab, genau. Hier reingekommen sind. Jo. Das Einzige, was ich in letzter Zeit mal gemacht hatte, mein Profil war eigentlich, das Gesicht irgendwas zu ändern. Mir hatte ich nicht gemacht, keine Ahnung, warum hier jetzt alles nicht ging. Ähm, Lima 1 von Lima 2, wollt ihr zuerst südlich der Straße lang noch klären oder direkt zum Warnort. Okay, dann gehen wir da schon mal rüber und kommen aus dem Südwesten und klären in entgegengesetzter Richtung. Okay, unser Team aufschließen, wir gehen rüber und klären. Wir werden jetzt auf die südliche Straßenseite wechseln und da von Westen her kommen, damit wir diesen Bereich von unserer Seite her sichern. Los! Wir sollten vielleicht nachher noch in den anderen Hof gehen. Geht's, 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 okay. Ja, was auch das ist. Ich bin hinten, Boomer. Fast, ich hab auch angeht. Okay, jetzt rein, zwei Zweierteams, äh, links sichern. Wir haben zwei am Gysi bei uns. Okay, ich bin hinten, ja. Okay, wir kiefern bei dir. Ich hab zwei Räume und Stock, drei Räume und ein Stockwerks. Ich versuche zuerst unten. Das sind wir. Unten ist clear. Ne, das soll ich aufs Dach oder nicht? Ja, kurz, nur kurz clear und dann sofort wieder runter. Was ich, also ich war, so was ich gesehen hab, ist klar. Ja, ich, äh, entweder das ist klar oder nicht, aber passt. Okay, hier sofort diagonal rüber und weiter clear. Hier sauber, Anastasius. Ja, das Team muss jetzt hier schon fast dahinter sein, ne? Ist klar? Es könnte eine eigene Vorsicht, könnte eine eigene sein in der Nähe. Das ist fast kill, vorsichtig, glaube ich, wir sind verdammt nah, aber ich höre auch irgendein, äh, Hobby-Bubi rumeiern. Das könnte aus dem Oden kommen. Ja, hören wir auf, wir sind jetzt an dem südlichen Kompound. Äh, wir haben hier auch mehrere Zivilisten. Da ist auch noch mal explizit aufpassen, wegen, äh, auf was ihr schießt. Jo, okay, Vorsicht, äh, Zivilisten gesichtet. Copy. Komisch, und das ist mitten in der Stadt? Wie kommen da Zivilisten hin, gell? Da vorne auf der Strasse, siehst du das, Maki? Na, ich sehe Max. Hallo. Sind das da Mienen auf der Strasse? Ich weiß nicht, ich gucke es mal an. Äh, Max habe ich gesehen, der ist genau am Eingang hinter uns, der deckt dort. Wer ist hier, wo unser ganzes Team? Ich stehe hinter dir. Jetzt vor dir. Deckt hier mal, äh, den Eingang, einer da hinten, den offenen Bereich und einer die Richtung, aus der wir gekommen sind. Der Eingang hier, wo Jolly steht, äh, da drinnen steht Max vom anderen Team. Jo, dann deckt da hinten, äh, den offenen Bereich und da, wo wir hergekommen sind. Wo ist denn Hoomer? Ja, hier. Hoomer an der Band. Ich gehe zum offenen Bereich, da kommt unser Team rein. Äh, Bad Guy und, äh, Rasker sind da. Max ist da auf der anderen Seite. Ja, hinter uns und, ähm, Nöp. Der hat seine Klaball, jetzt komme ich rüber. Jo, verstanden. Osten und Süden sollten wir hier. Okay, das andere Team zieht sich wieder zurück, damit wir von zwei Seiten reingehen. Jetzt, äh, müssen wir wieder alleine sichern. Äh, einer den hinteren, offenen Bereich, einer hier die Seite und einer die Richtung, aus der wir gekommen sind. Ich gehe da, wo wir hergekommen sind. Anastasius an der Rückendeckung, da wo wir hergekommen sind. Ich gehe da, wo wir, hergekommen sind. Ja, ich gehe da, wo wir, hergekommen sind. Oh, wir gehen. Oh, wir gehen. Oh, wir gehen. Oh, wir gehen. Und, der wird einen hier. Oh, wir gehen. Oh, wir gehen. Alright, ich gehe da, wo wir kommen. Ich sehe Zivilisten rennen im Westen. Okay unser Team bei mir sammeln. Benedikt. Moment zwei Sekunden. Wir werden loslaufen und nicht stehen bleiben. Wir gehen geduckt langsam und schön nah beisammen und bleiben nicht stehen. Wir gehen links rum rein hier und clear das ganze Areal vorm Gebäude und dann direkt rein. Welche Deckungsbereiche? Einfach laufen eins geradeaus, zwei links, drei rechts, vier wieder links. Okay. Okay ready. 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 Okay los. Rechts drinnen ist das Team, das ist die andere Team. Wir müssen stehen bleiben. Sind drin. Wir sichern rechts. Entschuldigung, Anastasius links. Wir sind hinten im Gebäude. Wir sind in der Nähe. 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 Ich bin in der Nähe. Wir sind in der Nähe. Negativ. Ich lebe noch. Wen hast du denn erwischt? Ich habe einen Feind erwischt. Der kam gerade raus. Okay. Vorsicht. Passt auf. Passt auf. Wir sind auch viele Zivilisten. Ja, der hat auf uns beide angelegt. Jolli. Okay, mein Team wieder bei mir sammeln. Boomer, oben ist sauber. Dann runterkommen. Bist du raus? Ich bin hinter dir. Mission ist erfüllt. Wir verlassen das Missionsgebiet so wie wir es betreten haben. Jo. Okay, Max steht da. Also nicht erschrecken. Er steht da um der Ecke. Wo sammeln? Ja, ist gut. Raskill. Wir ziehen uns direkt zurück und gehen los. Okay, Team 2 bei mir sammeln. Los geht's. Der liegt hier. Moment, ich bin Alvani. Ach scheiße. Okay. Hast du Barbella? Ich glaube ich habe Barbella erwischt. Du sichern. Nee, der kommt vor. Ah, das war Barbella. Scheiße. Ja. Wahrscheinlich der an der Stratus. Weil ... Einmal mit guten Arbeit. Das hat ... Hast du ... Kannst du das annehmen? Das ist hier gerade ... Frag mal, hat der ... Im Moment. Ist der Madi dort? Ja, dann geh ich mal zurück. Soll ich die andere, die andere Frau noch ganz zurückholen? Äh, wenn sie noch lebt, äh, nee, komm, lass mich. Shit, ey. Kam aus dem Raum raus und hat auf mich angelegt, hm. Ja, ich dachte, es ist ein Machina, wir gehen mal los. Wie würde ich noch leben? Ich bin vier, ich bin hinten. Wir machen hier bei diesem Mauerstück einen kurzen Zwischenhalt. Bis das andere Team soweit ist. Mensch, ey, jetzt habe ich auch ein Teamkill bei. So, Nummer vier müsst ihr eigentlich nach hinten sichern. Das heißt, am anderen Mauerende am besten in Position gehen. Hier? Nee, am Ende. Dass du auch links um die Ecke gucken und sichern kannst quasi. Okay. Okay. Seid ihr schon unterwegs? Gut, okay, wir gehen weiter. Ich glaube, Barwella hat gut 3 Schuss aus dem MG abgefangen. So, andere Ziele ist auf 3 Uhr. Roman, du bist noch halb in Haken. Ja, nimm die Waffe runter, ich bin vor der Tür. So? 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 Vielen Dank. Du machst mich ganz im Training. Okay. Du machst mich ganz im Training. Wir machen hier inzwischen halt, bis die anderen nachzieht. Irgendwie hatte ich das andere Team nicht genau da erwartet, wo ich denn nachher den Mackie, äh, den den Babbler weggeballert hab. Ich dachte, es sei ein Mackie dort im Gebäude. Du könntest mal nach hinten decken, Anastasius. Genau, noch ein bisschen mehr rechts, so diese Hügelflanke hier, genau das ganze Teil. Boomer guckt da, wo das andere Team läuft. Ja, perfekt, Jolly. Ich werde doch nicht noch ein Tag-Team werden, ein gutes. Ein was? Ein gutes Tag-Team. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Wir sind ein bisschen weiter vorne, als ihr auf der linken Seite am Zwischenhalt macht. Hier hat man eigentlich nochmal das TPS aufgucken, ungefähr 120 Meter vor euch auf der linken Straßenseite. Ich habe das dann noch Team Visible. Jo. Wir stehen auf und gehen weiter. Team 2 geht. Oh, man nimmt ein bisschen das Gewehr runter, das ist gefährlich. Hehehehe. Denk dran, Anastasius ist wieder runter. Ich habe mein Gewehr runter, runter wie Bicca. bicca. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, fuck it. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, boomer hat euch im Visier. Ich würde nicht denken, denken macht eigentlich nur nervös. Sag dir mal lieber, dass ich das zweite AMG besetzt habe und die auch im Visier habe. Dann werden Sie in der Ruhe. Kommt hier in der Ruhe. Du fragst, du fragst. Du fragst doch. Oh, man, jetzt warten, bis der Motor aus ist, bevor man aussteigt. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist das? Das ist das? Das ist das? Hey, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich muss dir heute Abend eine Kiste Bier ausgeben. Ja, ja. Ja. Ja, vielleicht als es geruckelt hat. Und da sagst du, da wurde das Raum-Zeit-Kontinuum ein wenig... Gar nicht schlechte Vision. Ja, ne? Die hat mir gefallen. Ja. Ciao, ma surfing. Ja. und, aber auch in am Latin werden. Ja. Vielen Dank.